herzlich willkommen hier zu einem neuen video auf achtung lichtarbeit das thema ist heute der neu offenbarer jakob lorbeer und auch der der kanal so sei es vom bernd der sich ja auch oft auf jakob lorbeer beruft und ihn gut heißt da will ich heute mal ein bisschen gegenüberstellen ob jakob lorbeer sich wirklich mit der bibel verträgt vorab möchte ich sagen dass ich jetzt überhaupt nicht jetzt hier irgendwie in zweifel stelle dass bernd kind gottes wäre oder so also ich sehe ihn durchaus als bruder aber ein bruder kann ja auch mal irren auch ich kann natürlich auch mal irren jeder kann sich irren und ich glaube dass er da auf einen irrelehrer hereingefallen ist nämlich jakob lorbeer das will ich natürlich auch aufzeigen anhand auch vergleich was sagt eigentlich gott in seinem wort was sagt jakob lorbeer was gibt es da so an widersprüchen ja da hat mich auch einige geschwister darauf angesprochen die ja auch bei so sei es kanal geguckt haben und manche kannten auch jakob lorbeer nicht wie ich erfahren habe und die mich dann einfach gebeten hatten ob ich da nicht mal ein video dazu machen könne zu dem thema also es geht schon hauptsächlich um jakob lorbeer der so sei es kanal von bernd ist mehr so der aufhänger weil sich deswegen eben bei mir einige gemeldet hatten es geht aber trotz allem ich will jetzt hier nichts irgendwas gegen den bernd sagen aber ihnen doch aufmerksam machen auch in aller brüderlichkeit aller brüderlichkeit dass man eigentlich jesus und jakob lorbeer das kann man nicht miteinander vereinbaren ja also ich hoffe das kann ich aufzeigen im folgenden auch belegen und so ist das video gemeint in der hauptsache geht es natürlich um jakob lorbeer und seine lehrerin ich kann es nicht anders bezeichnen wenn die bibel der maßstab ist wenn gottes wort der maßstab ist dann kann man jakob lorbeer nicht anders als lehrer bezeichnen na gut das ist war mir nur wichtig dass hier noch mal vorab zu erwähnen ja zu dem thema was sind überhaupt neu offenbarungen möchte ich einfach mal hier einen ausschnitt reinschneiden aus meinem video zu steffen wolf warum soll ich die arbeit mit doppelt machen da hatte ich das ja schon einmal erwähnt deswegen kommt jetzt gleich ein ausschnitt aus eben diesem video nur so nebenbei das leider auch keine so gute entwicklung bei ihm also bei steffen wolf der jetzt sogar den kurs in wundern empfiehlt oder aus ihm zitiert wie ich jetzt letztens erst wieder in einem video sehen musste dass da geht es also eher bergab weg weit weg vom evangelium aber das wäre wieder ein anderes thema jetzt heute geht es ja um jakob lorbeer und auch um bernd vom so sei es kanal interessanterweise beide werden verführt von neu offenbarern steffen wolf da ist es ja bertha dudde und bei bei bernd jakob lorbeer da sieht man auch mal dass die auch sich untereinander widersprechen ich meine bertha dudde ist schon schlimm genug sie sagt ja dass am ende auch so der satan sich bekehren würde und dass wir sogar für ihn im gebet eintreten sollen das habe ich alles in dem video über steffen wolf schon gesagt aber zumindest vertritt sie nicht die reinkarnationslehre ja das tut aber wiederum jakob lorbeer also da widersprechen sich die neu offenbarer weil entweder es gibt ihre reinkarnationslehre oder es gibt sie nicht die bibel sagt klar es gibt keine reinkarnation und jakob lorbeer wiederum und somit denke ich auch bernd von so sei es der ihm ja nachfolgt vertritt die reinkarnationslehre da gehe ich jetzt mal zumindest davon aus dass bernd das auch tut weil er jakob lorbeer da glaubt und das zeige ich nachher natürlich auch noch mal etwas detaillierter na gut dann also jetzt hier eben dieser ausschnitt zum thema was sind überhaupt neu offenbarungen wer das also nicht in dem anderen video schon gesehen hatte vielleicht fangen wir mal an mit dem begriff neu offenbarung in der definition von wikipedia so da kommen wir nachher noch dazu hier neu offenbarung von wikipedia da heißt es hier neu offenbarung ist ein theologisch apologetischer sammelbegriff für neue den abgeschlossenen kanon religiöser schriften ergänzende religiöse kundgaben verlautbarungen oder niederschriften vorrangig innerhalb der offenbarungs religionen christentum islam und judentum heißt also auf gut deutsch da wurden dann dinge ergänzt wie ich vorhin schon gesagt habe den abgeschlossenen kanon ergänzen also die abgeschlossenen kanon wäre jetzt beispielsweise die bibel ja und sie hätten dann ergänzende dinge hinzuzufügen jetzt ein paar beispiele josef smith der gründer der mormonen er sagt ja auch dass ihm da so eine stimme erschienen sei die dann neue offenbarung gegeben hätte jakob lorbeer auch ganz bekannt ja auch sein mystiker universelles leben dadurch auch schon mal ein video gemacht über german murer er nennt sich allerdings eddie maurer der auch da irgendwelche neuen angeblichen offenbarungen oder erkenntnisse vom zum zum besten gibt und so weiter also sei angeblich irgendetwas ihnen neu offenbart gewesen was es so einfach noch nicht vorher gab wir wissen ja schon aus der bibel aus dem letzten buch offenbarung 22 ich lese mal ab vers 18 fürwahr ich bezeuge jedem der die worte der weisagung dieses buches hört wenn jemand etwas zu diesen dingen hinzufügt wenn jemand etwas zu diesen dingen hinzufügt also neue offenbarungen beispielsweise so wird gott ihm die plagen zufügen von denen in diesem buch geschrieben steht vers 19 dann auch noch wenn etwas wenn man etwas wegnimmt also reduziert ja wie geht es jetzt so ein bisschen um das hinzufügen zum wort gottes und ja wir wissen dass eben ja aus der offenbarung ja das ist auch gerade vorgelesen dass das etwas ist dass das man auf keinen fall tun sollte ja es wird extra gewarnt das steht im letzten buch der bibel wir dürfen das also auch verstehen nicht nur auf das buch der offenbarung sondern die gesamte bibel alle 66 bücher diesem soll nicht hinzugefügt werden ja soweit erst mal eben hier aus diesem anderen video zum thema was sind neue offenbarungen am schluss ja die stelle auch aus der offenbarung dass wir dem wort gottes nichts hinzufügen sollen oder auch nichts von ihm wegnehmen sollen so was macht jetzt bernd er schreibt jetzt ich blende das hier ein zu dieser stelle in offenbarung 22 so ich zitiere jetzt wörtlich du sprichst auf die offenbarung 22 18 bis 19 an die davor warnt etwas zu den worten dieser weisagung hinzuzufügen johannes nimmt ganz klar in dieser passage bezug auf die offenbarung und nicht auf die gesamte bibel sonst hätte er wohl kaum geschrieben ich bezeuge allen die da hören die worte der weisagung in diesem buch wenn jemand etwas hinzufügt so wird gott ihm die plagen zufügen diesem buch geschrieben stehen zitat ende das hat er nicht mir geschrieben sondern jemand anders der das dann aber mich weitergeleitet hat per e mail original mail liegt mir vor er sagt also quasi dass dieser versich nur auf das buch der offenbarung bezieht mit der begründung dass es ja johannes ja sagt dass er sagt wenn jemand etwas hinzufügt also der weisagung in diesem buch er zieht in diesem buch nur auf das buch der offenbarung so dazu ist sind zwei dinge zu sagen zum einen ist das hier gottes wort das heißt johannes spricht hier inspiriert vom heiligen geist während tut so als wäre würde er hier als mensch sprechen natürlich wusste gott dass sich daraus ein ganzes buch also die ganze bibel ergeben würde das heißt gott war ja klar dass es jetzt hier um die ganze bibel geht und prophetisch gibt er das jetzt eben hier auch johannes ein alle schreiber der biblischen bücher waren ja inspiriert vom heiligen geist also sie haben als menschen geschrieben aber der heilige geist hat sie dazu inspiriert und selbstverständlich unterschätzt er dann hier den heiligen geist wenn er sagt dass so menschlich betrachtet gott hat das nicht umsonst in das letzte buch geschrieben der bibel es gibt ja 66 bücher weil sich das natürlich auf das komplette buch am ende bezieht das ist eine weissagung ja hier spricht der heilige geist in wahrheit durch johannes ja das ist das eine das andere ist das ist ja nun weiß gott nicht der einzige vers der davor warnt es gibt ja noch diesen göttlichen sandwich was meine ich mit göttlichen sandwich also hier haben wir die bibel und da hinten ist jetzt quasi offenbarung da steht es einmal drin und es steht aber auch vorne schon drin bei den fünf büchern mose dass man nichts hinzufügen soll und in der mitte auch bei den sprüchen interessant dass das buch ich habe gerade die sprüche hier aufgeschlagen ist ziemlich die hälfte von der bibel ich habe es nicht genau berechnet das meine ich jetzt hier mit diesen göttlichen sandwich ganz oben steht drin ihr sollt nichts verändern ganz unten steht drin ihr sollt nichts verändern am wort gottes oder etwas hinzufügen und in der mitte steht es auch noch mal im buch der sprüche und da kann bernd jetzt nur nicht behaupten das bezieht sich jetzt nur auf dieses eine buch wo es gerade steht denn es steht am anfang der bibel es steht noch mal am ende der bibel und in der mitte der bibel steht es eben auch noch mal wir sollen zum wort gottes nichts hinzufügen keine neu offenbarungen weder bertha dude noch jakob lauber das wort gottes steht fest so wie es ist denn warum ist ja auch klar die wer hat denn dann sonst recht ich habe vorhin schon ein beispiel skizziert die neu offenbarer widersprechen sich ja auch zum teil untereinander also was soll dann stimmen deswegen hat gott ganz klar gesagt wir haben das abgeschlossene buch wir haben die bibel das die bibel das ein buch und da und damit war es das auch wenn jetzt jemand etwas hinzufügt stiftet er ja nur verwirrung was was soll davon jetzt stimmen also wer sagt jetzt dass zum beispiel jakob lauber recht hat was die reinkarnationslehre angeht oder bertha dudde und um das zu verhindern hat gott eben gesagt ja es gibt eben das abgeschlossene wort punkt und jakob lauber lebte im 19 jahrhundert 1800 bis ich glaube 1864 zu allen zeiten hatten die menschen schon immer das wort gottes immer durchgängig von adam und eva an am anfang noch durch gott selbst der mit den menschen sprach danach dann durch überlieferung also wir lesen ja auch von kein und abel die wussten alle von gott da sie wussten auch so die opferungen und all das wird ja da beschrieben bei bei kein und abel also auch da wurde gottes wort dann noch weiter gegeben dann kamen auch noch die propheten hinzu die dann für gott sprachen und dann ab mose dann auch langsam die die fünf bücher mose so dass das land langsam auch in schrift rollen bis hin zu buchdruck dann einfach auch zusammengefasst wurde und erkennbar war für uns menschen immer gab es irgendwo das wort gottes natürlich noch nicht alles auf einen schlag die die einzelnen bücher kamen natürlich peu a peu mit der zeit hinzu aber trotzdem immer hatten die menschen wussten vom willen gottes am anfang eben noch nicht so viel dann gab gab es mehr biblische bücher die ganzen propheten bis sich das zu dieser bibel dann entwickelt hat die wir heute kennen mit den 66 büchern das ist aber bei jakob lorbeer ganz anders erlebt im 19 jahrhundert was war denn jetzt mit den menschen die 1512 gelebt haben da lebte lauber ja noch gar nicht oder die menschen im jahr 538 nach christus warum sollte gott jetzt jemanden aus dem 19 jahrhundert plötzlich neue sachen eingeben die man dann erst ab dieser zeit wissen konnte also gott hätte doch dann wenn dann hätte er das doch gleich am anfang mit eingefügt wenn das irgendwie wichtig wäre also auch da schon ein widerspruch in sich mit den offenbarungen was war jetzt mit jemand der 1799 gelebt hat der der vielleicht von lauberts schrift lauberts schrift nie etwas mitbekommen hat wieso soll das jetzt nur so für unsere zeit sein wenn das so auch universelle wahrheiten enthalten sollte und das ist ja auch sein anspruch das sind der riesen bände auch da bezieht sich natürlich vieles auch auf kommende ereignisse ja also lauber sagt geht ja auch oft in die zukunft aber eben auch erklärt der viele dinge von früher also glaubt das zu erklären will das auslegen und das allein kann schon ist also das alleine ist schon ein beleg dass dass er ganz sicher kein prophet gottes war auch die widersprüche die noch aufzeigen und die unwahrheiten die ihn absolut nicht zu einem propheten gottes machen lässt sondern das gegenteil ein falscher prophet die propheten gottes haben konnte man leicht erkennen sie haben immer was sie sagten traf immer ein bei lauber ist es eben anders ich komme wie gesagt noch darauf da gab es vielleicht auch ein paar sachen die eingetroffen sind aber es sind dann auch die vielen kleinen widersprüche und lügen die dann das gesamte zu einer lüge machen ist ja nicht alles gelogen auch satan lügt nicht ständig es ist vermischung es ist halbwahrheit mit drin und das finden wir eben bei jakob lorbeer auch ja bevor ich jetzt ins detail gehe und einzelne aussagen mal überprüfe von jakob lorbeer vergleiche auch mit dem wort gottes möchte ich noch seine stellungnahme hier zeigen ich hatte ihn vorab informiert dass ich plane ein video zu machen dann hatte ihn fernes halber auch gebeten eine stellungnahme abzugeben und die hat er dann auch abgegeben ja deswegen will ich die mal ganz neutral hier auch zeigen er hatte die auch auf seinem kanal öffentlich gemacht deswegen zeige ich einfach mal direkt den screenshot von seinem kanal wo er dann einfach unseren mail austausch quasi veröffentlicht hat da waren also meine fragen und seine antworten standen auch gleich mit darunter ja ohne jede wertung lese ich einfach mal so vor hallo bernd also ich frage ihn jetzt hier ich plane eventuell ein video zu dir zu machen bezüglich jakob lorbeer warnung vorher möchte ich dir fernes halber gelegenheit zu einer stellungnahme geben erstens ist es richtig dass du ein verfechter der lehren von jakob lorbeer bist so dann seine antwort ich kann nur für das werk das große evangelium johannes sprechen ja da stehe ich hinter und ich möchte korrigieren es ist das werk jesu durch jl also jakob lorbeer also er lehnt sich hier auf jeden fall aus dem fenster und sagt deutlich dass er glaubt dass wirklich jesus aus diesem werk spricht gut zweitens hast du bücher von ihm verlost antwort wie öffentlich einzusehen ist ja drittens stimmt diese aussage zitat bernd leitet auch andere menschen mit einem speziellen link an ein video weiter und zwar jakob lorbeer das große evangelium johannes antwort auch öffentlich absolut richtig ja an der stelle möchte ich mich auch entschuldigen ich wusste nicht jetzt über alles was also ich verfolge sein kanal jetzt nicht deutlich oder lange dass alles hier beruht darauf dass mich zuschauer darauf angesprochen haben und daraufhin habe ich mir das mal näher angesehen also ich wusste jetzt nicht was er vielleicht schon irgendwo öffentlich gesagt hatte bevor ich dieses video gemacht hatte bevor ich mir das selber mal angesehen hatte deswegen habe ich gedacht na ja fragen kostet ja nichts ich frage ihn einfach mal ja und er hat ja auch dankenswerterweise dann darauf geantwortet gut weiter viertens sofern dies alles stimmt wie kannst du die lehren von jakob lorbeer mit dem christlichen glauben vereinbaren antwort hast du die werke denn gelesen deine in sicht doch sehr dumme frage zeugt davon dass du gar nicht weißt was du kritisierst ja das scheint er öfter zu sagen ich habe mir liegt auch eine e mail vor einer anderen zuschauern der er dasselbe unterstellt ja also ich mein ich habe ja meine webseite achtung lichtarbeit seit 2005 und der erste beitrag zu jakob lorbeer war immerhin auch schon im jahr 2011 über die täuschungen des jakob lorbeer naja gut es sind 13 jahre ich denke schon ja dass ich zum thema jakob lorbeer auch etwas sagen kann fünften distanzierst du dich auch in manchen von ihm antwort ich habe keinen grund gefunden dass du tun schließt es aber nicht aus gibt es gibt mir beispiele was der bibel widerspricht ja gut das mache ich ja heute in dem video sechstens gibt es spezielle lehren von jakob lorbeer die du unterstützt die liebe zum herrn ist die kernbotschaft seine antwort siebtens gibt es sonst noch etwas was du dazu sagen möchtest seine antwort ich bin dir keine rechenschaft schuldig und du kein rechter hüte dich nur vor der überheblichkeit die ich zwischen deinen zeilen lesen kann ja da hat er natürlich recht ich bin nicht sein richter ich behaupte wie eingangs ja auch schon gesagt nicht dass er jetzt irgendwie kein kind gottes sei und natürlich ist er mir auch keine rechenschaft schuldig und ich bin auch nicht sein richter sein richter ist gott bernd dein richter ist gott der allmächtige nicht ich da hast du völlig recht gut das möchte ich auch hier vorab einfach zeigen denn ich hatte ihn ja um diese stellungnahme gebeten die hat er dankenswerterweise auch abgegeben deswegen gehört es auch hier mit rein nun ist es ja so dass es von jakob lorbeer eine ganze menge bücher gibt ich blende hier mal so eine auswahl ein hier sieht man schon es fängt da an die haushaltung gottes 1840 bis 44 der mond der saturn die fliege und so weiter bis dann zum schluss das große johannesevangelium 1851 bis 64 so bernd beruft sich aber nur auf das letzte das große johannesevangelium das hat er ja auch in seiner stellungnahme geschrieben dass er nur dafür sprechen kann deswegen nur für diejenigen die es interessiert sei auch mal auf andere bücher verwiesen die eigentlich klar machen dass da nicht der heilige geist aus jakob lorbeer sprechen kann zum beispiel in seinem buch der mond das zweite hier von oben 1841 da schreibt er dass auf der mondrückseite menschenleben auch dass dort pflanzen und tiere gibt auch wassertiere ein mond scharf und vögel flüsse und sehen ich zitiere jetzt hier nur mal ein paar absätze aus diesem buch aber auch im monde wie auf der erde gibt es menschen und zahllose andere geschöpfe nur mit dem unterschiede dass kein mond fürs erste auf der dem planeten beständig zugekehrten einen und derselben seite bewohnt ist sondern allzeit auf der entgegengesetzten weil er auf der dem planeten zugekehrten weder mit luft noch wasser noch feuer nebst allem für das organische leben notwendigen vorfindlich versehen ist es gibt dort keine bäume die da früchte tragen möchten sondern nur wurzelgewächse wie zb bei euch die erdäpfel rüben möhren und dergleichen diese gewächse werden im anfange des tages angepflanzt und zu ende des tages vollends reif im anfange der nachtdämmerzeit kommen die menschen in klammern wohlgemerkt die mond menschen ja es geht hier also um den mond kommen also die die menschen aus ihren höhlen hervor und ernten diese früchte und bringen sie also bald in ihre unterirdischen wohnungen wovon sie sich dann durch die nachtzeit ernähren wie auch durch den ganzen folgenden tag von den häuslichen tieren ist bloß eine art erd scharf zu bemerken welches diesen bewohnern das ist was das renntier den nordländern ja also hier das ist dann dieses mond scharf dass er behauptet dass auf dem mond lebt ja noch der letzte hier es gibt noch sowohl in den flüssen und seen die auf der mond erde ziemlich häufig vorkommen eine menge wassertiere wie auch einige kleine arten von vögeln nicht unähnlich euren sperrlingen wie auch die ganzen heere von insekten und anderen eins zwei drei und vierfüßigen erd tierchen deren zweck und nähere beschreibung ihr bei einer anderen gelegenheit vernehmen werdet von der hand genüge euch das gesagte ja soweit also aus jakob lobbers buch der mond wie gesagt da ist bernd quasi raus weil er beruft sich ja nicht auf dieses buch das muss man der fairness halber ja auch erwähnen das kann man ihm also nicht vorhalten er schreibt ja auch wie gesagt in seiner stellungnahme kann nur für das große evangelium johannes sprechen deswegen will ich da auch das hauptaugenmerk drauf legen aber gut man kann sich da so ein teil denken wenn man sowas liest und die berechtigte frage stellen kann jemand der sowas behauptet dass es mondschafe gibt und dass menschen auf dem mond leben wirklich vom heiligen geist der wahrheit inspiriert sein großes fragezeichen dann habe ich mir mal das video von bernd das jenseits ein trost im leid angesehen hier sieht man ja auch das cover wo also quasi gleichberechtigt jakob lobber links und jesus christus zu sehen sind das videos vom 7 märz diesen jahres ja wie kann man denn diesen gnostiker diesen irrlehrer selbst danach den schreibknecht gottes hier quasi gleichberechtigt mit mit dem herrn jesus zeigen ja wo hat jakob lobber denn seine erkenntnisse her laut seiner eigenen angabe hatte er am 15 märz 1840 um sechs uhr morgens eine innere stimme vernommen in der nähe seines herzens die ihn dann zum schreiben aufforderte und ja er glaubt dass das laut eigene aussage die gnadenstimme des herrn jesus christus sei und ja von dem zeitpunkt an hat er eben diesem diktat ist er dann eben gefolgt und hat das was die stimme ihm da eingegeben hat aufgeschrieben das waren dann über 20.000 manuskript seiten die daraus dann entstanden sind ja das erinnert auch wie zum beispiel der kurs in wundern entstanden ist von helen chuckman angeblich auch jesus ihr eingegeben hat ja und ich will halt aufzeigen das kann auf gar keinen fall der wahre jesus christus sein vorhin die zitate aus seinem buch der mond zeigen ja auch schon also der heilige geist würde doch nicht so einen unsinn von sich geben ja und dann dazu noch was ich am anfang schon gesagt habe was ist denn mit all den menschen die das gar nicht mitkriegen konnten die vor der zeit von jakob lobber gelebt haben bernd sagt jetzt hier dass dieses buch also das sind ja eigentlich zehn bände ja wo er wo lobber ja das johannesevangelium auslegt dass das in eine zeit hinein geschrieben wurde ja angepasst also angepasst an eine gesellschaft die schon mehr begriffen hat durch die wissenschaftlichen erfolge die erzielt wurden aber was hat denn jetzt eine auslegung des johannesevangeliums mit den wissenschaftlichen erfolgen zu tun wieso ist die gesellschaft denn reifer geworden und warum kann kann jemand im jahr 715 nicht diese auslegung des johannesevangeliums lesen weil ja jakob lobber erst viele jahrhunderte später lebte das begreife ich nicht zumal auch die bibel eigentlich das gegenteil sagt also nicht dass wir uns unbedingt weiterentwickeln also technisch ja vielleicht nicht aber die menschen selber wenn man da mal so liest zweiter timotheus brief 3 das aber sollst du wissen dass in den letzten tagen schlimme zeiten eintreten werden denn die menschen werden sich selbst lieben geldgierig sein prahlerisch überheblich lästerer den eltern ungehorsam undankbar unheilig lieblos unversöhnlich verleumderisch unbeherrscht gewalttätig dem guten feind verräter leichtsinnig aufgeblasen sie lieben das vergnügen mehr als gott und so weiter ja also ich sehe da auch jetzt nicht wie kann das kann das einfach nicht verstehen warum bernd auf den gedanken kommt dass die gesellschaft mit den jahrhunderten mehr begriffen hätte ja wissenschaftlich schon aber ich sehe den zusammenhang nicht was hat das jetzt damit zu tun mit dem verständnis für das johannesevangelium also wo ist da die menschheit reifer geworden sodass das jemand im jahr 317 nach christus noch nicht so verstehen konnte macht überhaupt keinen sinn naja gut aber ja ich habe ein paar ausschnitte aus diesem video die man die uns mal zusammen anschauen wollen siehe wenn gott die menschen nur für diese erde erschaffen hätte dann wäre es wohl eine sonderbare liebhaberei von seiner seite in einem fort zu erschaffen und es dann wieder zu zerstören aber weil er die menschen für ein höheres und ewiges leben erschaffen hat und sie nur so lange auf dieser erde bestehen lässt wie sie die nötige willensfreiheitsprobe oder mindestens den durchgang durchs fleisch gemacht haben so ist das eine wahre und lebendige liebhaberei gottes zu seinen menschen dass er sie auf dieser jammerwelt nur so lange im fleisch erhält als es eben für einen oder den anderen menschen höchst nötig ist ja hier sagt jakob lorbeer dass gott den menschen hier auf dieser erde oder wir sich ja auch ausdrückt in dieser jammerwelt nur so lange belässt bis sie die nötige willensfreiheitsprobe bestanden hätten also er sagt dass gott den menschen nur so lange im fleisch erhält wie es für die für den menschen höchst nötig ist ja das ist ja falsches evangelium es geht doch nicht um eine nötige willensfreiheitsprobe sondern es geht darum sich hier zu bekehren und sündenvergebung durch jesus zu erlangen so tut nun buße und bekehrt euch dass eure sünden ausgetilgt werden heißt es in apostelgeschichte 3 vers 19 oder auch im ersten johannesbrief 5 vers 12 wer den sohn hat der hat das leben bei den sohn gottes nicht hat der hat das leben nicht apostelgeschichte 16 vers 31 glaube an den herrn jesus und du wirst gerettet werden und da geht es nicht um irgendeine willensfreiheitsprobe und wieso also nehmen wir mal an gott würde den menschen nur hier auf der erde so lange belassen ist so gerade eben nötig ist was er ja hier sagt dann müsste man eigentlich nach der bekehrung sofort in das reich gottes gelangen denn dann dann hat man eigentlich es geschafft dann ist gerettet man ist bekehrt worden und ja aber wir wie wir wissen ist das passiert das nicht ja man ist ja dann nach seiner bekehrung auch immer noch hier auf der erde und kommt erst dann irgendwann früher oder später dann auch einmal dann zu gott was natürlich auch sinn macht denn auch wenn man schon bekehrt ist will gott ein ja auch weit auch noch gebrauchen ja ist ja nicht so dass dann hat zwar für sich selber ausgesorgt mit der bekehrung aber gott hat ja einen plan für uns vielleicht sollen durch uns auch noch andere menschen zum glauben kommen deswegen wird gott uns da das wird es das nicht abkürzen quasi ja also dass der punkt kann schon mal hier klar widerlegt werden wenn wir von gott berufen werden diese welt zu verlassen dann wird zuvor ein engel in einem augenblicke alles dem geiste angehörige aus der materie frei machen und die materie der auflösung übergeben die seele aber und ihren lebensgeist sowie alles was in der materie der seele angehört in vollkommenster menschengestalt vereinigend in die reine welt der geister hinüber führen nach dem ewigen unwandelbaren willen gottes ja hier haben wir eben ein beispiel dafür was dem wort gottes hinzugefügt wird also informationen die wir gar nicht im wort gottes der bibel so haben wird hier werden hier details hinzugefügt dass also in dem moment wo wir diese welt verlassen oder quasi wo wir sterben ein engel erstmal alles aus der materie frei macht und ja sie das alles materielle quasi der auflösung übergibt und dass dann nur unsere unsere seele mitsamt dem dem lebensgeist und was eben alles so zur seele gehört dann in die welt der geister hinüber geführt wird ja das ist einfach gnostische irrlehre und vor allem auch es fügt dem wort gottes ja etwas hinzu das ist auf das also die genauen details wissen wir ja nicht was nach dem tod ist also wir erfahren jetzt schon so ein paar sachen dass man ihm zum beispiel aus dieser begebenheit lukas 16 mit dem reichen mann und dem armen lazarus dass man dann in so eine toten welt erstmal kommt die zwei geteilt ist dass dann ein riesengraben dazwischen das ja aber ansonsten diese sachen die hier jetzt noch erwähnt werden dass mit diesem engel und so der dann kommt der sofort in einem augenblick da alles irgendwie frei macht oder so das sind einfach das sind informationen die über die bibel hinausgehen das ist das typische was so neu offenbarer ausmacht also neue informationen bevor vor uns die bibel ja warnt das hatte ich eingangs schon erzählt dann mit mehr an mehreren bibelstellen und zwar der bibel irgendetwas hinzuzufügen alle von natur aus besseren menschen werden von geistern auf eine manchmal mehr und manchmal weniger fühlbare weise unterwiesen in allerlei geistiger und natürlicher wissenschaft und je naturgemäßer einfacher und in sich gekehrter die menschen in der welt leben desto mehr und lebhafter stehen sie auch mit den besseren und guten geistern aus dem jenseits in verbindung diese geister waren einst auch menschen auf dieser erde jenseits hören alle die irdischen unterschiede von erst groß und klein gänzlich auf und der letzte mensch der erde wird ihrem ersten nicht nachstehen puh ja das ist schon starker tobak also manchmal fällt mir doch dann nicht nicht mehr viel dazu ein also er sagt jetzt hier dass menschen auch von geistern unterwiesen werden also nur die besseren menschen also alle von natur aus besseren menschen also er sagt quasi es gibt von natur aus bessere menschen dann muss es ja auch von natur aus schlechtere menschen geben irrlehre die bibel sagt alle sind sie abgewichen da ist keiner der gutes tut nicht einer ja also alle von natur aus besseren menschen werden angeblich also von geistern unterwiesen aus dem jenseits in geistiger und natürlicher wissenschaft das ist wieder dieses gnostische gnosis davor warnt ja auch die bibel also erkenntnis steht ja quasi da dahinter das hat mit liebe überhaupt nichts zu tun also wo bernd da groß die liebe spürt das was er ja oft sagt in bei jörg blauwe weiß es auch nicht genau also und dann also je naturgemäßer einfacher und in sich gekehrter die menschen leben also in sich gekehrter meditativer quasi könnte man sagen desto mehr und lebhafter stehen sie auch mit diesen besseren geistern aus dem jenseits in verbindung und um das noch mal zu toppen diese geister waren einst auch menschen auf der erde also muss man davon davon ausgehen verstorbene also totenkult und mit denen sollen also die menschen die besseren wie gesagt natürlich nur in verbindung stehen ja also spätestens hier muss doch klar sein dass das alles eine lehrlehrer ist wer meine lehre hört an mich glaubt und danach tut den werde ich selbst auferwecken an seinem jüngsten tage der sogleich nach dem austritt der seele aus diesem leibe erfolgen wird und zwar also dass da die kürze der umwandlungszeit niemand merken wird denn in einem schnellsten augenblicke wird die umwandlung geschehen jesus spricht über den jüngsten tag wenn du den leib wirst verlassen haben und eintrittst in das reich der geister dann wird das dein jüngster tag sein und ich werde dich aus dem gericht der materie erlösen und dies ist das erwachen am jüngsten tage ja also hier sagt jakob lorbeer wer die lehre hört von jesus der ja angeblich aus aus diesem buch spricht oder aus diesen zehn wänden also wer meine lehre hört und an mich glaubt und danach tut den werde ich selbst auferwecken an seinem jüngsten tag ja aber wer kann in diese lehre hören hier aus diesem neu offenbarerischen buch der vor jakob lorbeers zeit gelebt hat das ist wieder dasselbe problem wie ein paar mal schon angedeutet er lebte ja im 19 jahrhundert wer meine lehre hört so heißt es hier was ist denn mit demjenigen der im jahr 814 nach christus lebt er konnte das ja gar nicht hören der konnte nicht die diese neu offenbarungen hören wird er da nicht auferweckt oder wie es wird da eine unterscheidung gemacht dass erst ab dem 19 jahrhundert wo jakob lorbeers werke dann veröffentlicht wurden erst ab gilt das dann erst ab dann ja da tun sich wieder einige widersprüche auf und dann scheint auch so einiges zu verwechseln also dass mit diesem auferweckung in einem augenblick das erinnert ja so ein bisschen an die entrückung und er sagt ja hier derjenige der an mich glaubt danach tut den werde ich selbst auferwecken an seinem jüngsten tag der sogleich nach dem austritt der seele aus diesem leib erfolgen wird also quasi wenn man stirbt aber diese auferweckung der toten die ja laut neuen testament gleichzeitig ist mit der oder nahezu in einem nur mit der entrückung das passiert ja nicht sofort wenn man in christus stirbt es kommt ja erst wenn dann der herr jesus auf den wolken wieder kommt zur entrückung dann heißt es dann erst mal werden die toten in jesus dann auferstehen und und aber dann unmittelbar danach oder fast in einem nur auch die dann noch lebenden also hier haben wir also auch wieder einiges an irrlehre beisammen stirbst du aber als ein ungerechter so wird dann wohl eine lange nacht zwischen deinem leibestode in deiner wahren auferstehung folgen aber keine die unbewusste sondern eine der seele wohlbewusste nach das wird der seele rechter und lange während der tod sein aber der tod dessen sie bewusst sein wird im reiche der unlauteren geister wird er zur großen pein und qual werden jesus zu einem römischen richtung ich sage dir dass auch den argenseelen drüben das evangelium von meinen zahllos vielen engeln verkündet werden wird die es anhören und annehmen und sich danach richten werden auch noch zur seligkeit gelangen darum seid ihr um niemand im großen jenseits allzu bange denn gottes liebe und weisheit und große erbarmung waltet überall auch im jenseits auch wieder so ein echter hammer also zum einen sagt er stirbst du als ungerechter dann bedeutet das eine eine lange nacht einen lange währenden tod aber keinen ewig währenden tod ja ein lange während der tod aber nicht immer während es soll also angeblich wird im jenseits dann den den argenseelen das evangelium noch von engeln verkündigt und wer sich dann danach richtet wird dann auch noch zur seligkeit gelangen das ist also eine ganz klare irrlehre dass nach dem tode noch eine bekehrung möglich wäre das lehrt die bibel nun überhaupt nicht dass wir wir erfahren dass einfach die entscheidung muss vor dem tod erfolgen und wer danach diese also nach dem tod ist dann keine umentscheidung mehr möglich ist einfach nicht mehr möglich sich dann noch im nachhinein sozusagen zu bekehren weil ist dann ist es kein glaube mehr ja dann dann ist es eher wissen und der glaube rechtfertigt wenn man wenn man tot ist dann weiß man dann war dann offenbart sich alles matthäus 25 46 matthäus 25 vers 46 da heißt es und sie werden in die ewige pein gehen aber die gerechten in das ewige leben in diesem vers haben wir ewige pein und ewiges leben in ein und demselben vers für ewig steht hier auch aionios also sowohl bei der ewigen pein als auch beim ewigen leben steht dasselbe wort auch im griechischen aionios ewig ja und ewig heißt eben auch ewig wenn hier ewig nicht wirklich ewig bedeuten würde dann wäre ja auch das ewige leben nicht ewig denn beides wird ja hier in einem atemzug genannt sie werden die ewige pein gehen aber die gerechten in das ewige leben also wenn die ewige pein nur vorübergehend ist wenn das vielleicht nur eine lange nacht ist oder so dann müsste das ewige leben auch nur so vorübergehend sein ja also das ist wirklich eine der schlimmen irrlehren und da verschafft bernd auch kein trost er will ja mit seinem video trost schaffen also sein bein basiert eben auf einer lüge also man könnte ja jetzt meinen man hätte jetzt trost wenn man weiß okay verstorbene verwandte oder so die aber nicht im glauben verstorben sind hätten dann doch nochmal eine chance doch nochmal eine gelegenheit im totenreich wo engel ihnen dann nochmal das evangelium predigen ja das ist da lehrt uns die bibel aber komplett etwas anderes und es gilt auch dafür der grundtext aus dem evangelium sucht nur vor allem das reich gottes in euch und seine gerechtigkeit alles andere wird euch hinzugegeben werden ja hier muss man mal genau hinhören er zitiert hier ja matthäus 6 vers 33 suchet nur vor allem das reich gottes in euch und seine gerechtigkeit alles andere wird euch hinzugegeben werden das in euch steht überhaupt nicht drin ja also der vers heißt schlachter 2000 trachtet viel mehr zuerst nach dem reich gottes und nach seiner gerechtigkeit so wird euch dies alles hinzugefügt werden oder elberfelder bibel trachtet aber zuerst nach dem reich gottes und nach seiner gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden also keineswegs trachtet aber zuerst nach dem reich gottes in euch ja und der vers meint einfach dass alles wird uns hinzugefügt werden also quasi wer gott an der ersten stelle hat oder nach vor allem nach dem reich gottes trachtet dem werden auch materielle dinge hinzugefügt werden da heißt es gott weiß dass ihr alles braucht also essen trinken bekleidung und dergleichen also er fügt nicht nur dem wort gottes etwas hinzu das wäre ja schon schlimm genug er fälscht auch noch das bestehende wort gottes und wie war es ja war nicht so gut ich denke ich konnte ja hier einige stellen aufzeigen wo klar wird das stimmt irgendetwas nicht bei jakob lauber eine person die sich bei mir gemeldet hatte hat mir gesagt dass sie zu gott gebetet hat zeige mir wenn irgendwas mit dem kanal so sei es oder irgendwas mit dem bernd nicht stimmt gibt mir irgendein zeichen für den fall dass da irgendwas nicht stimmt ja das war das das gebet und die person hat mir dann berichtet tatsächlich am selben tag oder also oder am nächsten tag das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau also jedenfalls relativ kurz danach hat gott tatsächlich auch dieses zeichen geschenkt interessanterweise war es von bernd selbst nämlich so ein zettel das ist das zeichen auf das du gewartet hast stand da auf dem zettel drauf das hat wohl bernd zusammen mit schriften irgendwo verteilt und ja die person sagte mir sie hat wirklich konkret gott gebeten gibt mir ein zeichen wenn da was nicht stimmt mit dem bernd und seinem kanal und das zeichen kam und ich meine ich glaube ja werden schon dass das dass diese bücher von lorbeer da auch beigetragen haben bei seiner eigenen bekehrung das will ich ja jetzt überhaupt nicht bestreiten ich sage mal ich mir sind mindestens zwei beispiele bekannt von personen die mir auch gesagt haben sie sind sogar durch die esoterik erst zu jesus gekommen also nicht wie bei mir trotz der esoterik ja sondern erst dadurch erst dadurch haben sie sich mit jesus angefangen zu beschäftigen weil weil sie da irgendwelche esoterischen bücher gelesen haben und da ging es halt auch um jesus und das war für sie der auftakt dass sie dann erst überhaupt angefangen haben sich mit jesus christus zu beschäftigen sie haben dann aber auch festgestellt dass dieser jesus der esoterik ein falscher jesus ist dass er mehr ein christus bewusstsein oder eine christus energie aber nicht dieser persönliche gott wenn dann nur so ein meister neben vielen dennoch haben sie gesagt dass sie quasi dadurch erst auf die spur gekommen sind so aber sie haben dann auch beide konsequenter weise dann komplett aufgehört mit der esoterik und der spiritualität haben das als irrelehrer als einen falschen jesus erkannt zwar war das für sie eine hilfe den wahren jesus kennenzulernen aber sie haben dann als sie den wahren jesus dann kennengelernt haben die ganze esoterische schiene verlassen haben ihre konsequenzen daraus gezogen das vermisse ich jetzt noch bei bei bernd dass er auch sagt okay jetzt hat mich hier die die bücher von jakob lorbeer zwar irgendwo schon auch zum wahren glauben geführt aber die darf dafür bin ich vielleicht dankbar auch diesen diesen werken aber ich distanziere mich jetzt trotzdem davon weil natürlich also einfach viel unwahres drin ist und wir auch der bibel hier überhaupt nichts hinzufügen sollen so eine reaktion die die vermisse ich da einfach noch ja und dann wird ja manchmal auch begründet oder argumentiert mit verschiedenen bibelstellen macht macht ja auch bern zb johannes 16 ab vers 12 noch vieles habe ich euch zu sagen aber ihr könnt es jetzt nicht tragen da sagte ja okay das ist ja gerade die begründung dass ja dann so jok jakob lorbeer kommt und sozusagen uns den rest zeigt aber da heißt es weiter wenn aber jener der geist der wahrheit gekommen ist er wird euch in die ganze wahrheit leiten und ja der heilige geist ist gekommen da brauchen wir kein jakob lorbeer natürlich ist das ein prozess die die erkenntnis ist stückwerk und steigt steigt an aber was ist denn mit all den armen menschen die vor jakob lorbeer dann gelebt haben die konnten doch dann diese ganzen wichtigen informationen gar nicht bekommen ich bin auf das thema ja schon eingegangen ja also also mit dem vers kann man nun wirklich nicht jakob lorbeer irgendwie legitimieren oder joel 3 und danach wird es geschehen dass ich meinen geist ausgießen werde über alles fleisch und eure söhne und eure töchter werden weiß sagen eure kreise werden träume haben eure jünglinge werden gesichte sehen ja auch dieser vers sagt ja nicht dass das dann irgendwas neues ist neue offenbarungen wo steht denn das da das kann einfach sein dass das weisagungen sind von dem bestehenden wort gottes dass das einfach nur noch mal betont wird da steht nicht automatisch dass das jetzt bedeutet dass da jetzt irgendwelche neuen offenbarungen dann zu tage treten die irgendwie die bibel ergänzen sollen oder ihr etwas hinzufügen sollen das steht da einfach nicht steht nicht da aber das ist ja ohnehin so ein kennzeichen der neu offenbarer dass sie eben dem wort gottes etwas hinzufügen das hoffentlich konnte ich zeigen dass das auf jeden fall nicht das ist was gott will ja da wollte ich ja auch noch die belege zeigen dass jakob lorbeer eben die reinkarnationslehre vertritt hier ist also ein ausschnitt auch aus eben diesem evangelium nach johannes band 1 kapitel 213 jesus enthüllt philopold seine vorexistenz auf der sonnenwelt prokion in klammern acker und wozu er auf erden inkarnierte engel archiel schafft als beweisstück den übersiedlungsvertrag herbei philopolds vision seiner vorwelt staunen über gottes weisheit und macht ein bisschen weiter dann 215 hier engel archie belehrt philopold über gottes menschwerdung und verweist ihn an jesus anzahl der inkarnationen aus gestirnen auf der erde ja und hier das ist jetzt hier altdeutsch aus dem original dies ist bereits der 20 der 20 weltkörper auf dem du leiblich lebst ja also ganz klar reinkarnationsglaube und hier auch die aussage dass dass der mensch selber gott ist sodass wir selber alle götter sind sie auch schon die lüge der schlange hier werdet sein wie gott heißt es dass der messias ein besonderer gott sein dürfte das habe ich mir wohl gleich nach meiner heilung gedacht denn götter sind wir nach der schrift alle mehr oder weniger je nach der haltung des gesetzes jehovas naja also auch da muss man schon sagen das sind schon schwerwiegende urlehren die hier vertreten werden ja man könnte noch so vieles sagen wie schon erwähnt er hat rund 20.000 seiten verfasst der jakob lorbeer und das video könnte auch jetzt fünf stunden lang werden aber irgendwo muss ich mich auch mal beschränken man könnte vielleicht noch mal ein zweites video machen aber wenn man das dann macht könnte man ja auch wieder ein drittes und viertes machen weil es eben so viel stoff ist ich möchte zum abschluss noch mal auf also ein buch empfehlen das johannesevangelium luthers auslegung und lorbeers erklärung ist eine forschungsarbeit von michael junge das habe ich mir auch gekauft zu recherchezwecken und der vergleicht da eben ja die die auslegung von luther mit den erklärungen lorbeers ist ganz interessant also auch bezogen jetzt hier auf dieses johannesevangelium steht ja da auch im titel und er gibt dann dann immer so eine art einschätzung ab und eine will ich noch mal zeigen ich lese das mal hier vor luther betont dass das zeugnis des johannes allen menschenlehrern übergeordnet sei nach seiner auslegung geben auch die engel als heilige ihre ehre allein gott dem herrn sebaot der das licht war ist und ewig sein wird also hier geht es sozusagen um das johannesevangelium kapitel 1 ja das hier vorher abgedruckt wurde ich gebe jetzt hier nur diese einschätzung wieder von ihm nach ansicht lorbeers blieb johannes durch seine überwiegende demut mit dem urlicht verbunden und konnte deshalb ein vollgültiges zeugnis vom urlicht abgeben das urlicht sei aus der höhe zu den menschen herabgekommen es sollte die menschen gott gleich machen das behauptet jakob lorbeer diese erklärung geht weit über ein zeugen von dem licht hinaus dahinter dem begriff urlicht gott selbst steht fällt die alte lüge ihr werdet sein wie gott kaum noch auf ist hier die einschätzung von michael junge ja das ist eben hier gerade das fatale deswegen kann jakob lorbeer sicher nicht der schreibknecht gottes sein es sei denn man stützt sich auf den bibelferst dass der satan gott dieser welt oder fürst dieser welt ist und so muss man eben auch sein machwerk einordnen irre lehre viele widersprüche zum wahren wort gottes und lügen und unwahrheiten deswegen muss man ganz klar vor jakob lorbeer und seinen lehren warnen das war es dann auch schon ihr könnt ja gerne schreiben ob da vielleicht noch mal eine fortsetzung sinnvoll erscheint oder ob das jetzt schon mal reicht an informationen wie gesagt man könnte mehrere stunden mehrere videos zig stunden könnte man eigentlich dafür investieren um wirklich auf alles einzugehen das kann man unmöglich schaffen deswegen hoffe ich dass diese zusammenfassung schon etwas gebracht hat macht es gut ciao